Als Change Agents für neue Lehr- und Lernpraktiken. Und hier kommt Tina jetzt ins Spiel. Tina ist nämlich aktuell Geschäftsführerin der Deutschen Angestellten Akademie und war auch davor in ganz vielen Funktionen, zum Beispiel als Professorin für Personalmanagement und Organisation und auch als Leiterin der VHS Regional Hamburg mit den Themen innovativer Lernraumentwicklung beschäftigt. Und mit den Studienbeauftragungen kam dann Tina ins Spiel. Und ich möchte dich gerne fragen, Tina, was hat denn dich selbst an dem Thema so motiviert, da mit reinzusteigen? Ja, ich glaube, die größte Motivation war, den nächsten Schritt bei der Analyse von Lernräumen zu gehen. Also wir haben ja, Anne und ich, haben schon seit 2015 in den ersten Arbeitsgruppen Lernraumgestaltung zusammengearbeitet und sind auch an den Punkt einfach gekommen, genauso wie du es geschildert hast, Anne, dass wir gedacht haben, was passiert eigentlich in Hochschulen, wenn Lernräume dann gestaltet sind? Also wir hatten ja das große Glück gehabt, auch tatsächlich Pionierinnen und Pioniere dabei auch zu begleiten bei ihrer Lernraumgestaltung. Und die Frage jetzt wirklich, inwiefern sind diese innovativen Lernräume auch in der Lage, so einen weiteren, weiteren, übergreifenden Veränderungsprozess an Hochschulen auszulösen. Riesenmotivation. Ich hatte total viel Spaß und darf euch jetzt auch mit ein paar methodischen Einblicken, wie haben wir uns eigentlich dieser Frage gemeinsam dann genähert und welche Lernräume durfte ich mir dann auch angucken. Deswegen, Stefan, gerne einmal zwei Folien weiterklicken. Genau, Pioniere auf dieser Reise der Lernraumgestaltung waren auf jeden Fall die Hochschule der Medien in Stuttgart, die sich früh schon auf den Weg gemacht haben, mit ihren Lernwelten sich dem Thema innovative Lernraumgestaltung zu widmen. Und die Hochschule Heidelberg, die ja sehr, sehr innovativ nicht nur bei Lernräumen, sondern auch in ihrem Lehrkonzept und Lehr-Lernkonzept sind. Und interessant war dann auch nochmal so ein bisschen auch als kontrastierendes Beispiel die Leuphana mit reinzunehmen und da einen ganz anderen Fokus nochmal zu bekommen. Aber ich will gar nicht zu viel vorwegnehmen. Auf der nächsten Folie sehen wir nämlich einmal noch wen ich eigentlich innerhalb dieser drei Fälle befragt habe. Insgesamt fand die Studie im letzten Jahr statt, so zwischen Oktober und Dezember, habe ich alle diese drei Hochschulen bereist und da hatte das große Glück, auch wirklich auf eine große Unterstützung auch zu kommen. Und aus den zentralen Stakeholder-Gruppen, die sich nämlich mit Lernraumgestaltung beschäftigen, was ja ein sehr partizipativer Prozess ist, sind 17 Interviews entstanden. Zum Teil mit Hochschulleitungen, zum Teil aber auch mit Lehrenden und ganz wichtig und das waren wirklich inspirierende Interviews auch mit den Studierenden, die natürlich ganz wesentliche Akteurinnen und Akteure bei der Lernraumgestaltung sein sollten und auch in den Beispielen auch tatsächlich sind. Und die ersten Einblicke, Stefan, die ersten Einblicke, die ich da gewinnen konnte, waren dann gestützt über einen Leitfaden, damit man das auch ein bisschen vergleichbar machen kann. Ihr kennt das ja alle aus den qualitativen Untersuchungen, dass man wirklich dann auch sich nicht überwältigt fühlt von den ganzen Eindrücken, die man sammelt, sondern wirklich fokussiert, sich mit den Themen nämlich der Akteurinnen und Akteure beschäftigt und sich auch mit in dieser Studie auch den Fokus nimmt, wo stehen wir denn jetzt? Also man muss dazu sagen, insbesondere in Stuttgart und in Heidelberg, die zwei Hochschulen haben sich einfach schon vor langer Zeit auf den Weg gemacht, sich mit Lernraumgestaltung zu beschäftigen und da war es natürlich total interessant zu gucken, welchen Stellenwert hat eigentlich die Lernraumgestaltung, welchen Bekanntheitsgrad hat, haben die Lernwelten in in Stuttgart zum Beispiel und inwiefern beeinflusst das die Entwicklung der Strategie in den jeweiligen Hochschulen. Und ich möchte euch jetzt einmal mit ein paar Fotos und ein paar Eindrücken auch zeigen, was ich gelernt habe in den drei Hochschulen und was sie eigentlich auch so einzigartig machen. Einmal hier seht ihr die Lernwelten der Hochschule der Medien in Stuttgart und die haben das Besondere, dass sie eine sehr forschungsorientierte Lernraumgestaltung adressieren und auch verfolgen und dabei wirklich auf eine sowohl strukturelle als auch kulturelle Verzahnung des Themas mit ihrer Lernentwicklung und Lernstrategie der gesamten Hochschule das verfolgen. Und dabei könnt ihr euch das so vorstellen, dass sie wirklich innerhalb der Lernwelt, das ist ein abgeschlossener Teil innerhalb der Hochschule, auch mit über zum Beispiel Kameratechnik und Interviews und begleitenden Forschungsstudien analysieren, wie Lernräume tatsächlich auch innerhalb der Hochschule den Lernprozess der Studierenden bestmöglich unterstützen können. Und den Lernraum jeden Abend auch neu wieder auf einen gewissen Status Quo zurückbringen und sich am nächsten Tag angucken, was haben eigentlich die Studierenden damit gemacht. Also mit den flexiblen Möglichkeiten von Möbelgestaltung bis über Nutzung auch digitaler Medien haben sie da jetzt wirklich in den letzten Jahren extrem viel viel Expertise aufgebaut und die auch einfließen lassen in die Hochschule. Und nun ist das natürlich eine innovative Lernraumgestaltung, aber unsere Frage war ja, wie wirken diese Lernräume denn in der Hochschule? Und da ist es ganz interessant, Stefan, wenn du eine Folie weiter gehst, dass diese Lernräume tatsächlich innerhalb der Hochschule auch einen Ausstrahlungseffekt haben. Mittlerweile gibt es schon ein zweites Gebäude, in dem auch mit neuen Lernwelten und auch neuen Möbelsettings experimentiert wird. Es gibt da auch eine Kooperation mit einem Möbelhersteller zum Beispiel, um wirklich nah an den Bedürfnissen der Studierenden dran zu sein. Und was aber noch viel wichtiger ist, dass sie auch zunehmend mehr öffentliche Räume, also zum Beispiel im Zugang zur Kantine oder zur Mensa oder auch auf den Fluren mit diesem Ansatz der kollaborativen Arbeitsweise geschützte Räume schaffen für ihre Studierenden, aber auch für ihre wissenschaftlichen Mitarbeitenden. Dass sie also versuchen, aus diesem einen Raum der Lernwelt herauszukommen und Gestaltungsprinzipien in den öffentlich zugänglichen Räumen, also die sind ja alle öffentlich zugänglich, aber wirklich auch auf Fluren und in den Übergängen zwischen Seminarräumen, hier diese Gestaltungsprinzipien auch adaptieren. Und seit zwei Jahren, das sehen wir dann auf der nächsten Folie, experimentieren sie jetzt auch schon mit einer neuen Art von Arbeitswelt. Und das finde ich ganz spannend, dass sie also versuchen, die Prinzipien der Lernweltgestaltung von Flexibilität, Kollaboration, Kommunikation, Zusammenarbeit auch in ihre eigenen Arbeitswelten zu überführen und hier zu adaptieren. Und hier seht ihr zum Beispiel auch, was ich ganz charmant finde, also einfach so die Möglichkeit, wir kennen das alle, diesen kleinen Container, der da rechts unter dem Tisch steht, der ist nicht mehr nur ein Container, sondern auch ein Hocker, den sie wirklich flexibel dann auch zu kleinen Besprechungs-Settings zusammenräumen. Ein kleiner Aspekt, aber diese Denke, wie können wir eigentlich unsere Arbeitswelt auch in Zukunft nochmal anders gestalten, finde ich total spannend. Und was heißt eigentlich wirklich Shared Spaces innerhalb der Arbeitswelt? In Heidelberg hingegen, das sehen wir als nächstes Beispiel, ist das Kurprinzip tragend für die Hochschule. Da wird wirklich eine Flexibilisierung der gesamten Curriculumsstrukturen auf fünf Wochen fokussierte Lernphasen in die Räumlichkeiten übertragen. Und das, finde ich, ist eigentlich so ein ganz tolles Beispiel, wo eine Strategie von Curriculumsentwicklung, Praxisnähe, flexiblem Studium sich auch in den Räumen niedergeschlagen hat. Und man sehr gut und sehr schön sehen konnte innerhalb der Hochschule auf den nächsten Folien oder auf der nächsten Folie, dass auch hier, ihr seht das, das sind zum Beispiel auch Flure, die ganz anders jetzt gestaltet sind und tatsächlich auch als Arbeitsphasen für die Studierenden genutzt werden. Und was das Besondere eigentlich in Heidelberg noch war, ist, dass die Studierenden im nächsten Abschnitt, Stefan, sich nämlich auch selber mal in einem Projekt damit beschäftigen konnten, was ist eigentlich der perfekte Lernort für mich? Wie sieht der aus und wie kann das sozusagen in der Hochschule auch adaptiert werden? Man sieht hier, dass es zum einen eine Liegefläche geben sollte, die aber gleichzeitig, ihr seht das auf dem Foto links daneben, auch gleichzeitig ein Stehtisch war. Und die Studierenden haben wirklich frei drüber nachgedacht, wo möchte ich eigentlich lernen und was brauche ich an dem Ort, wo ich lernen möchte, an Unterstützungsmöglichkeiten. In der Studie, die Anne auch nachher nochmal im Chat posten wird, findet ihr noch ganz viele andere Fotos und auch Beispiele, wie Studierende sich ihren perfekten Lernraum gestalten würden. Und die Hochschule, die Leuphana Hochschule als nächstes Beispiel, ja, die hat sich eigentlich erst vor anderthalb Jahren auf den Weg gemacht, sich wirklich mit neuen Lernwelten zu beschäftigen, Teil eines Fördersprogramms, auch des Stifterverbands und haben hier Transformationsräume gegründet. Und die Transformationsräume sind sehr zentral auf dem Campus gelegen, waren früher eine Beratungsstelle gewesen und durften sozusagen freigestaltet werden von Mitarbeitenden, aber auch von Studierenden und von ganz vielen auch studentischen Initiativen, die sich diese Räume angeeignet haben. Und ich sage tatsächlich angeeignet, weil man sieht ein wildes Sammelsurium von Möbeln, da ging es gar nicht darum, so sozusagen in Möbel oder unterstützende Medien zu überlegen, sondern diesen Raum mit einer Atmosphäre zu gestalten, die einen hohen Grad an Willkommenskultur ausstrahlt. Und da gibt es zum Beispiel, das sieht man auf der nächsten Folie, da gibt es zum Beispiel eine Kaffeebar, wo der Kaffee wirklich umsonst ist und sozusagen jeder auch mal was in die Kaffeekasse reintut. Aber die Frage ist gar nicht, wer bezahlt denn dafür, sondern die Frage ist eher, wir sind ja eine Gemeinschaft, die sich gegenseitig unterstützt und tragen diesen Community-Gedanken in uns und wollen gemeinsam diese Räume, die sehr offen sind, sehr transparent sind, gemeinsam nutzen, um Initiativen zusammenzubringen, die normalerweise auf dem Campus sehr verteilt nur zu finden sind oder nur Räume finden. Und ich finde diesen Community-Gedanken, wenn man in den Trafos ist und wenn ihr mal die Möglichkeit habt, an die Wolfana zu gehen, besucht sie auf jeden Fall, weil das macht einfach Spaß. Jeder kann kommen, wann er will, kann dort seine Projektideen auch umsetzen und das fand ich zum Beispiel, das sieht man auf der nächsten Folie auch nochmal, dass man wirklich auch mit sehr interdisziplinären Projekten sich dort verorten kann. Und hier gemeinsam zum Beispiel Biologinnen, aber gemeinsam mit IngenieurInnen zusammenarbeiten kann, um zum Beispiel so eine grüne Wand zu entwickeln, die sich nach und nach selbst sozusagen wachsen lässt. Also ich fand es ganz toll, weil ich gesehen habe, dass es ein sehr hierarchiefreier Ort ist, wo auch normale Seminare stattfinden können, aber die Kultur und der Kontext einen so starken Fokus auf diesen Ort haben, dass dort einfach eine andere Art von Lernen stattfindet, nämlich Lernen in Communities. Und das ist ganz großartig. Danke dir, Tina. Also man spürt, wie du den Besuch dort genossen hast und wie viel du mitgenommen hast und inspiriert da auch wieder gegangen bist mit vielen Ideen und auch tiefen Gesprächen, die du dort hattest. Da kommen wir gleich nochmal dazu. Jetzt war das ja tatsächlich ein Deep Dive in drei ganz spezielle Beispiele, die wir uns zusammen rausgesucht haben, wo wir eben genau erhofft haben, diese transformative Kraft zu eruieren. Und deswegen meine Frage an dich, nachdem wir uns jetzt das alles näher angeschaut haben, welche transformative Kraft geht denn von diesen Lernräumen aus? Wie hast du das erfahren, auch in den Gesprächen? Und welche strategischen Eckpunkte können auch andere Hochschulen dafür übernehmen? Also was lässt sich dann auch übertragen auf andere Hochschulen? Also ich bemühe da sehr gerne, um das ein bisschen auch übergreifend mal zu formulieren, ganz gerne die drei Dimensionen der strategischen Ausrichtung von Hochschulen, der strukturellen Gestaltung von Hochschulen und auch der Hochschulkultur. Und würde dich, Stefan, bitten, einmal die nächste Folie nämlich aufzuzeigen. Diese transformative Kraft gestaltet sich nur im Zusammenspiel von wirklich der Abstimmung zwischen der Strategie, die ich verfolge mit den Lernräumen. Und da sehe ich beispielsweise übergreifend wirklich, dass es zunehmend mehr Anforderungen der zukünftigen Arbeitswelt sich wirklich innerhalb der Hochschule darstellen lassen und dass Lernräume nicht mehr nur genutzt werden, um dort Seminare und Vorlesungen zu halten, sondern dass es wirklich auch darum geht, Studierende mit den Anforderungen der Arbeitswelt in der Zukunft zu konfrontieren und das nicht nur in das Curriculum zu integrieren, sondern auch in die Gestaltung der Lernräume. Und diesen strategischen Gedanken mitzunehmen, das fand ich in allen drei Beispielen sehr, ja, sehr signifikant hat sich das eigentlich gezeigt, dass man nämlich darüber nachdenkt, wie können wir wirklich Future Skills, das ist ja auch eine große Debatte, nicht nur ins Curriculum übertragen, sondern auch in die Erfahrung von Lernen und in die Erfahrbarkeit von Lernen für Studierende zeigen. Und das Ganze zeigt sich aber auch in der Struktur von Hochschulen, nämlich darin, dass man sagen kann, dass sich Hochschulen bemühen oder die drei Hochschulen jetzt auch bemüht haben, eine Durchlässigkeit herzustellen. Dass wir weggehen von diesem Silo-Gedanken, dass wir weggehen davon, dass es nur noch einzelne Disziplinen sind, sondern dass Lernräume Orte sind, wo man interdisziplinär zusammenkommen kann und die Gestaltung von Lernräumen natürlich das auch ermöglichen kann. Also, dass man sozusagen wirklich es schafft, durch die Flexibilität von Lernräumen auch interdisziplinäre Zusammenarbeit, das strukturell zu verankern, dass man hier also eine Durchlässigkeit in den Fakultäten, Dekanaten und Fachdisziplin herstellen kann. Und das hat alles ganz viel was mit der Kultur zu tun, der Kultur und der Anerkennung von Interdisziplinarität, von Diversität auch in der Zusammenarbeit, dass wir die, ich will das gar nicht immer so bemühen, aber wirklich die großen Herausforderungen der Zukunft, wie jetzt so Fachkräftemangel, was mich gerade total umtreibt, oder Nachhaltigkeit, was wir wirklich auch in Bildung zu nehmen, mehr auch stärker integrieren müssen. Das schaffen wir und das schaffen auch unsere Studierenden in Zukunft nur, wenn sie gelernt haben, sich auf andere Disziplinen einzulassen. Wenn man gelernt hat, andere Sprachen anzuerkennen, eine Mathematikerin spricht ganz anders als eine Philosophin, aber diese Art von Offenheit muss kulturell geprägt werden. Und ich sehe gerade in den drei Beispielen, die wir uns da ausgesucht haben, einfach ein ganz großes Potenzial, dass diese Offenheit und auch dieser Kulturwandel im Kopf, im Mindset auch unterstützt wird durch diese Art von Lernräumen, die wir da gefunden haben. Und um euch nur so ein paar Einblicke zu geben, habe ich mal drei Zitate rausgesucht, die ich gerne jetzt an der Stelle nochmal mit euch teilen will, um euch diese transformative Kraft wirklich näher zu bringen. Nämlich das eine Zitat war von den Lehrenden, wirklich, dass Lernräume, Orte sind für mich Orte, wo die zukünftige Arbeitswelt der Studierenden stattfindet und sie auf die Realität da draußen vorbereitet werden. Also Lernräume sind die Brücke nach draußen und haben deshalb auch so diese transformative Kraft, diese Brücke auch zu sein. Ein weiteres Zitat ist zum Beispiel das von Hochschulleitungen, wo es wirklich strukturell darum geht, wir haben in den Hochschulen Strukturen geschaffen, die eigentlich undurchlässig sind. Und eine Hochschule ist eigentlich ein System, das durchlässig sein muss, sonst kann sich nichts entwickeln. Und dafür braucht es solche Lernorte, die wir haben. Und das, finde ich, ist genau diese Durchlässigkeit. Man fühlt es quasi wie so Silos aufbrechen und irgendwie so ein bisschen einfach das Zusammen und das Gemeinsame und Kollaborative gestützt wird. Und eine Perspektive, die wir Anne natürlich immer total wichtig finden, ist nämlich die der Studierenden. Und hier eine Studierende, durch den fast durchgängigen Zugang in die Räumlichkeiten können wir uns hier auch zu unseren eigenen Projektideen treffen und einfach auch mit anderen quatschen. Ich selbst finde die Idee zum Gründen total spannend und freue mich sehr über diese Community. Und das ist so, finde ich, das geht mir durch und durch, letztens auch immer, ja, hat mich auch einfach so begeistert in den ganzen Studien. Und vielleicht zum Abschluss nochmal, jetzt seid ihr alle ja auch da und denkt euch ja, und nun, was heißt das? Ja, es müssen natürlich Voraussetzungen geschaffen werden. Es müssen Voraussetzungen auf der Curriculumsebene geschaffen werden, wo man wirklich sagt, wie können wir es denn, wie können wir es ermöglichen, dass Studierende auch flexibel auch in solchen Communities lernen können und Kollaboration und Interdisziplinarität wirklich gefördert wird. Wie schaffen wir es, solch eine offene Atmosphäre überhaupt zu ermöglichen, denn das ist etwas, wo ich sagen würde, dass diese Offenheit, die braucht es und die muss auch von allen beteiligten Akteurinnen und Akteuren im Lernraumgestaltungsprozess mitgetragen werden. Und es sollten Future Skills berücksichtigt werden, das heißt wirklich zu überlegen, wie sieht eigentlich die Arbeitswelt von morgen aus und was hat das mit der Lernwelt von heute zu tun und wie kann auch eine Arbeitskultur sich in der Lernkultur am Ende des Tages dann auch niederschlagen. Und das sind Voraussetzungen, die ich in all diesen drei Beispielen wirklich gesehen habe und die mich sehr begeistert haben. Ja, auch das spürt man immer noch. Das finde ich ganz toll. Ich hatte zwischendurch auch Gänsehaut, weil das so ein weitreichendes Thema ist und damit hast du auch nochmal gezeigt, wie können sich auch andere Hochschulen daran orientieren, was sind die Mehrwerte daraus und die Zitate sind sehr eingängig, dass es dort einen echten Effekt hat und hoffentlich auch einen nachhaltigen und langfristigen Change-Effekt, was die Arbeitskultur angeht, die Lernkultur, Lernpraktiken und so weiter. Und jetzt haben wir ja auch das Motto Tales of Tomorrow, unter dem das oft dieses Jahr läuft und wir können es nicht lassen, auch immer einen Blick in die Zukunft werfen zu wollen, gerade weil wir uns schon so lange mit dem Thema beschäftigen. Und vielleicht die Frage erstmal an dich und vielleicht auch irgendwie im Wechsel, wie wir, wie du auch diese Entwicklung, Zukunft und in der Lernraumbestaltung siehst in den nächsten Jahren vielleicht. Also das haben wir ja schon oft diskutiert, Anne, dass wir uns denken, ja, wie geht es eigentlich jetzt weiter? Und ich glaube, was im Status Quo sichtbar ist, dass das Thema Lernwelt und Lernräume eine andere Normalität bekommen haben und dass ich das Gefühl habe, durch die verschiedenen Förderprogramme, die ich jetzt auch beobachtet habe, dass wir es schaffen, im nächsten Schritt tatsächlich ein Umdenken in der Fläche in vielen Hochschulen zu haben und dass die Kraft, die man aufbringen muss an Hochschulen, um für das Thema zu werben, nicht mehr ganz so groß ist, glaube ich. Also ich glaube, es gibt ein Verständnis dafür, dass ich da was tun muss und das finde ich ganz toll. Und dafür, finde ich, hat sich auch die Arbeit in den letzten Jahren wirklich an unterschiedlicher Stelle, die du ja auch im HFD geleistet hast, echt gelohnt, weil ich das Thema wichtig finde. Und ich glaube, dass wir da wirklich jetzt in eine andere Phase der Skalierung gehen. Und ich sagen würde, dass andere Hochschulen, die sich jetzt auch auf den Weg machen, viel davon profitieren können, dass es diese Pionierarbeit auch schon gab und dass es mittlerweile ja auch ganz tolle MultiplikatorInnen gibt in dem Gebiet, die viel Erfahrung mitbringen. Und ja, das sehe ich auf jeden Fall. Was würdest du denn sagen, Anna? Ja, was mir noch, was ich für mich erkannt habe und was ich mir auf die Hochschulen in Zukunft weiter wünsche, ist, du hast es als strategische Perspektive ja schon angesprochen, wirklich Räume, was vielleicht auch ein bisschen kognitiv nicht ganz einfach ist, Räume als echte strategische Ressource zu erkennen. Also, dass wir nicht denken, wir halten uns zufällig irgendwo auf oder aus Versehen in irgendeinem Raum auf, sondern dass es ein echter strategischer Ressource ist, auf die man sich fokussieren muss, wenn es um Hochschulentwicklung geht. Das muss man einfach gemeinsam mitdenken. Oder wenn, ich sage immer, das ist ein Zitat von Katja Ninnemann, Lernraumentwicklung ist Lehrentwicklung. Und das ist so eindeutig, dass das zusammengehört. Das ist so meine Vorstellung. Und du hast es auch schon angesprochen, was die HDM Stuttgart macht, dass sich das langsam ausweitet, das Thema auch auf die Arbeitsplatzgestaltung und dass so die New Work-Welle vielleicht da auch rein, so reinkommt. Genau. Das sind so meine, meine Wünsche und meine fast letzten Worte. Eine kleine Werbung würde ich vielleicht noch machen, weil ich bin nochmal zu sehen hier beim Hof am Freitag, am 7. Juni um 13.30 Uhr, biete ich noch einen Workshop an für LernraumentwicklerInnen, um Ihnen zu zeigen, wie Sie in das Thema Lernraumkonzeption einsteigen können. Der kleine Werberblogger muss das sein. Ja, recht hast du, weil dafür ist es da, dass wir nämlich voneinander und miteinander lernen. Und diesmal jetzt in einem sehr digitalen Ort. Aber ja, wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Es hat euch inspiriert. Schaut euch die Studie gerne nochmal an. Da findet ihr noch viele andere Fotos auch, die sehr inspirierend sein können. Und vielen Dank. Ja, ich danke euch auch. Und noch weiter viel Spaß beim Hof. Genau, viel Spaß weiterhin. Tschüss. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020